Von Flensburg nach Berlin. Bonjour, Lukas Weilrafer ist Politikredakteur der Taz. Guten Tag, Herr Weilrafer. Ich muss mit Ihnen auch noch mal über die SPD sprechen. Martin Schulz gibt ab, Andrea Nahles soll es werden, darf es aber erst mal nicht, weil die Regeln dagegen sprechen. Hätte man das im Vorstand nicht auch schon früher wissen können? Ja, das hätte man auf jeden Fall früher wissen müssen, denke ich. Denn der SPD ist ja in der Vergangenheit oft vorgeworfen worden, dass sie etwas den Bezug zur Gesellschaft verloren hat. Die Kandidatin gerade im Gespräch hat das ja auch noch mal sozusagen angeprangert, dass die Führung etwas den Bezug zur Realität verloren hat. Aber in diesem Fall hat sie ja sogar den Bezug zu den eigenen Statuten verloren. Also der Vorstand hat vergessen, welche Regeln gelten, dass also Andrea Nahles gar nicht eigentlich kommissarisch antreten konnte. Das ist natürlich schon erschreckend, wenn man dann nicht mal das im Griff hat. Und inwiefern würden Sie denn sagen, dass auch Andrea Nahles durch dieses Vorgehen der vergangenen Tage irgendwie beschädigt ist? Immerhin war ja auch Sie niemand, der Martin Schulz davon abgeraten hat, das Amt des Außenministers für sich zu beanspruchen. Ja, vollkommen richtig. Es hat da den Eindruck erweckt, dass sie diese Gelegenheit auch nutzen wollte, um Sigmar Gabriel damit auszumanövrieren im Außenministerium, mit dem sie sich schon seit Jahren nicht versteht. und gedacht hat anscheinend, dass das durchgeht, dass Schulz Außenminister wird. Das ist sicher eine Fehleinschätzung gewesen. Ihr Glück war es noch ein bisschen, dass es nicht so sehr als Ihre Entscheidung oder Ihr, sie hat sich da auch nicht persönlich groß ins Zeug gelegt, sondern das wurde mehr wahrgenommen als Solo von Martin Schulz, als ausdrücklicher persönlicher Wunsch von Schulz, der dann wiederum zurückgezogen hat. Also sie hat sich ja nirgends auch so kategorisch festgelegt wie Schulz früher bei anderen Aussagen. Deswegen war sie da eher noch etwas im Hintergrund und deswegen fällt es nicht ganz so stark auf sie zurück. Aber ein Fehlstart war es schon, ja. Also Andrea Nahles ist etwas im Hintergrund, vielleicht auch noch mal mit einem blauen Auge davongekommen, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Trotzdem die Frage, ob sie sich dann nicht einer Urabstimmung stellen müsste, damit sie eben nicht nur eine Übergangslösung ist. Naja, also das ist natürlich sehr schwierig. Also wir merken ja gerade bei der SPD, wie das mit Basisdemokratie so ist. Wir kennen das auch bei der Taz übrigens aus langen Erfahrungen. Es ist immer sehr kompliziert, weil gerade in eher linkeren Gemeinschaften wünscht man sich immer sehr viel Basisdemokratie. Aber es ist eben sehr kompliziert. Und vor allem, wenn man einmal damit anfängt, wichtige Entscheidungen von der Basis treffen zu lassen, weckt das natürlich die Begehrlichkeit, auch andere Entscheidungen dann zu treffen. Also wenn der Koalitionsvertrag per Urabstimmung abgestimmt werden kann, dann wünscht man sich es auch bei der Urwahl. Dann fragt man sich, ja, aber wenn jetzt der Koalitionsvertrag abgestimmt werden kann, was ist denn, wenn in zwei Jahren noch mal eine ganz wichtige andere Entscheidung getroffen werden kann? Also zum Beispiel die Agenda 2010 stand auch nie in einem Koalitionsvertrag. Hätte man da dann auch noch mal eine Urabstimmung und so weiter. Also manchmal, und auch das, was ich jetzt von der Kandidatin Susanne Lange gehört habe, die das so betont, diese Beteiligung, das klingt ja fast wie bei den Piraten. Und ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass das der besonders erfolgsversprechende Weg ist. Also mein Sohn hat mich neulich gefragt, ob die SPD bald so schlecht ist wie die Piraten. Ich habe dann noch gelacht. Aber wenn ich mir da manche Vorstellungen so anhöre, ist das wirklich fast schon eine Gefahr. Weil bei den Piraten hat sich ja gezeigt, wie unglaublich kompliziert, langwierig und schwierig das auch umzusetzen ist. Ja, guter Vergleich. Mal sehen, ganz so weit ist es noch nicht. Aber was würden Sie denn sagen, steht Andrea Nahles, obwohl, wie Schulz sagte, erkennbar weiblicher und jünger als er selbst. Steht sie denn wirklich für einen Neuanfang der Partei? Tja, es ist alles relativ. Also im Vergleich zu Schulz und Gabriel wirkt sie natürlich immer noch relativ frisch. Und vor allem ist es natürlich aller, aller, allerhöchste Zeit gewesen, dass die SPD endlich auch eine Frau an der Spitze hat. Das ist insofern natürlich schon wenigstens ein Neuanfang. Und ich finde, dass Andrea Nahles immer noch zwar einige Ähnlichkeiten mit Angela Merkel hat, in ihrem Machtbewusstsein und mit ihrer Durchsetzungskraft, aber schon noch eher als Merkel auch einen Gestaltungswillen an den eigenen erkennen lässt. Und man nimmt ihr wirklich ab, dass ihr Sachen wie der Mindestlohn wirklich wichtig sind. Und hat eher als Merkel, finde ich, schon noch Glaubwürdigkeit, dass sie auch klassische SPD-Themen wirklich durchsetzen will. Streit gab es in den vergangenen Tagen ja auch ums Auswärtige Amt. Schulz wollte rein, Gabriel nicht raus. Dann wurde es verbal hässlich und Schulz verzichtete. Gabriel, darf er bleiben? Er hat sich jetzt offenbar entschuldigt, haben wir gelesen. Ja, also das sollte man nicht unterschätzen, glaube ich, Sigmar Gabriel. Manche haben jetzt ja schon gemutmaßt, dass er es jetzt darauf anlegt, Denis Yücel aus dem Gefängnis in der Türkei frei zu bekommen und ihn dann persönlich zu empfangen und dann kaum noch aus dem Amt zu vertreiben sein wird. Das wäre natürlich ein Riesen-Coup. Ich würde das auch nicht vollkommen ausschließen, mit Hilfe auch von Gerhard Schröder, der ja mit Erdogan sich gut versteht. Also das kann man für Denis Yücel natürlich nur hoffen. Ob das politisch für Gabriel auch die Rettung wäre, wird man sehen. Aber er hat natürlich schon noch mehr Unterstützer, als es jetzt teilweise dargestellt wird. Also der Seeheimer Kreis, konservative Flügel der SPD, hat Gabriel ja eindeutig unterstützt und wird Nahles da auch unter Druck setzen. Also er hat schon durchaus noch Unterstützer in der SPD. Vielen Dank, Lukas Weyrer, für dieses Gespräch. Danke auch.